Und damit herzlich willkommen zu For Honor und zwar die Alpha Version. Und dürfen wir gerade antesten, dank eines lieben Abonnentens namens Sita. Ja, ich freue mich ganz doll, dass ich das machen darf und werde so viel wie möglich spielen. Das kann man von 15. September bis Sonntag, glaube ich. Warte, warte, 16. September, ich glaube bis zum 18. machen. Without warning. Doom kamen zu uns alle. The desperate few struggled to survive. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vielleicht hatten wir eine Chance für Frieden. Aber die Desperation und Ver信 sind selten alle. So begann ein millennium von Konflikt. A thousand years of war. The greatest warriors the world has ever known. The reason they fight lost to the ages. And yet, here they still stand, searching for a sign of peace. I will show them. I am Apollyon. I bring war. Geil. Entschuldigung. Absolut geil. Die Grafik, oh mein Gott. So cool. Die Geschichte, wieder typisch. Alles geht in den Bach runter und trotzdem müssen die Menschen kämpfen. Und die Frau ist der Übeltäter. Perfekt. Supi. Auf geht's, ab in den Kampf. Ich habe keine Lust, irgendwie was noch dazu zu sagen. Ich möchte einfach nur spielen. Also, kommt mit mit mir. Ich habe es angespielt in der Gamescom und bin seitdem einfach nur riesiger Fan. Und freue mich so doll, dass ich es spielen darf. Es kommt nächstes Jahr raus, im Februar. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, wem wir spielen möchten. Samurai, Wikinger oder Ritter? Das ist bis jetzt natürlich noch alles in Englisch. Ich weiß nicht, wie wen sollen wir uns denn entscheiden? Ich würde gerne Wikinger sein. Also, ich entscheide mich jetzt mal kurz für die Wikinger. Unser Emblem können wir jetzt, ähm... erstellen. Ach, du Heiliger. Äh, ja. Jetzt schon überfordert. Das ist oder das? Ich finde das ganz schick. Hm, zweite Lieblingsfarbe ist eigentlich gelb, aber es sieht... ...so toll aus. Und das? Gott, was ist denn das? Ah, wir können die Seiten wechseln. Ach, so finde ich es irgendwie schon cooler. Was gibt's noch? Ein Symbol. Alter. Ja, das kann ein bisschen dauern. Oh, ja, ein Herz. Nein. Ich hab' nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, wir sind alle nicht so pralle aus. Ich glaube, ich nehm' den Stier. Ich nehm' den Stier. Gut. Die Farbe vom Stier. Rot. Gibt's hier rot? Na? Oder nur weiß, damit man's richtig sieht? Oder weiß? Oder schwarz? Nee, schwarz sieht man nicht so gut. Mach' ich'n weiß. So. Was ist das? Hä? Wieso? Ich hab' doch gerade eins... Ich hab' doch gerade das genommen. Keine Ahnung, was von was ist jetzt, bitte. Nein. Ich will kein Symbol mehr. Und jetzt noch den Rahmen. Oh, der sieht geil aus. Das sieht auch scharf aus. Ich glaube, ich nehm' das. War's das jetzt? In Ordnung, los geht's. L zum Laufen. Gott, ist ja langsam. L2, halten. Wir haben ihn anvisiert. Okay, wir können uns entscheiden. Wir können drei Sachen blocken. Entweder links, oben oder rechts. Wir müssen natürlich uns immer entscheiden, was wir machen wollen. Jetzt sollen wir zum Beispiel nach rechts blocken. Mach' ich das? Jetzt haben wir die andere Seite genommen. Jetzt wieder die andere Seite. Wusch. Und nach oben. Ich find' voll geil seine Haare, dass er da so'n Reif drin hat. Sieht voll geil aus. Und hier die Axt wechselt. Voll cool. So, jetzt haben wir Leben. Das gefällt mir nicht. Jetzt geht's los hier. Ja. Links und rechts wäre falsch gewesen, weil er von oben haut. Also muss ich auch von oben verteidigen. Bzw. blocken. Hallo, Gegner. Ich hab' Angst. Rechts. Links. Ach, geblockt. Ja, darf ich auch so nehmen? Komm, schlag zu. Ich will auch mal zu schlagen. Ich kann noch nicht zu schlagen. Du musst zuhauen, sonst geht's hier nicht weiter. Dankeschön. Nochmal, komm. Auf. Dankeschön. Oh, 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 von oben jetzt, von oben? Ah, cool. Mit X weiche ich ein bisschen aus. Ja, schlag zu. Schlag zu. Kannst mir gar nix. Ich block dich. Wobei ich nicht verstehe, wie du das machst. Ich wär' jetzt schon tot. Jetzt ist er ein bisschen schneller, denke ich mal. Oh, oben, oben, oben. Oh, das war knapp. Oben. Rechts, 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 rechts. Ja, ja, ja. Links. Ja, komm. Bum. Rechts. Oben. Du musst doch mal zuhören. Ich hau'n bisschen ab. Vielleicht kraftet ihn mal schneller an. La, da, da. Wetten, ich geh' vielleicht drauf. Vielleicht dafür rumhampeln. Oben. Und geblockt. Darf ich jetzt auch mal angreifen? Jetzt dürfen wir angreifen! Mit R1 da auf... Und R2? Oder R1? Für ne leichte Attacke und für ne schwere Attacke? Okay. R1 leicht, R2 schwer. Schauen wir mal an. Kriegen wir hin. Oh. Oh. So. Wenn er oben blockt, müsste ich mich da angreifen. Ja, ja, ja. Komm her. Ich will ne leichte Attacke machen. Angriff mit leichter Attacke. Ich will aber ne schwere machen. Kann ich noch nicht. Och man. Du bist gleich tot, Alter. Du solltest dich besser schützen. Jetzt hat er mich geblockt. Wenn ich mal oben mal gehauen habe. Ja, ja. Komm, komm. Wenn nicht, dann komm ich jetzt. Alter, ich hab gedacht, ich haue jetzt Gefallen gegen den Baum. Okay. Eins ist noch nicht vorbei. Ah, hallo. Mit Schwerden. Ach, der blockt von rechts. Okay, okay. Boah, der braucht ja ewig, bis der da schlägt. Gut. Ey, okay. Da muss ich echt aufpassen. Da musst du schon vorher drücken. Und dann an den Gegner ranlaufen. Weil der braucht ewig, bis er hier aushält. Mit seiner Riesen-Axt. Die übrigens voll geil aussieht. So, weiter geht's. Die erste Einheit, Trainingseinheit haben wir überlebt. Das haben wir wenigstens schon geschafft. Jetzt mal hier die Stuken hoch. Das sieht so toll aus. Richtig cool. Oh, da brennt's. Okay. Und nach unten. Okay. Wir sollen alle Bösen töten und den Punkt einnehmen. Schauen wir mal. Oh. Warte mal. Okay, gleichzeitig gehauen. Hey. Lass mich in Ruhe. Oh, das war der schwere Schlag. Ach, Mist. Ich bin gegen die Mauer geplockt. Habt ihr das gehört? Ausweichen. Äh, bitte nicht. Blocken, 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 blocken. Wiedersehen, Kumpel. Das ist mein Punkt. Ja. Wir haben Zone A eingenommen. Wir sind die Größten. Habt ihr Zone B? Okay, Zone B. Nicht im Ernst. Da krieg ich ja die Vorwärtsrolle geiler hin. Okay, er hat einfach auch ne Axt. Ich hab mal nie ne Vorwärtsrolle mit ne Axt gemacht. Entschuldigung. Oh mein Gott. Alter, hab ich schon gesagt, dass er voll langsam ist. Der hat zu viele Muskeln, er kann sich nicht bewegen. Okay, L2, den, oh, ha, 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 ha. To kill them. Ja, wir sollen sie töten, das ist mir klar. Und ich kann nicht blocken. Okay. Ich kann sie nicht anwesenden, aber blocken kann ich schon. Okay. Alter, geil. Guck dir das an. Äh. Okay, nehm. Hey, lass mal ein Typen in Ruhr. Die will in blau gern mir. Los, hau. Und ab in den Rücken. Oh, geil. Äh. Da. Hey, hey, hey. Oh, warte, 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 warte. Geil, habt ihr es gesehen? Der haut ihm die Axt voll in den Hals. Entschuldigung. Und zieht ihn einfach so. Hey, der hat mir in den Rücken gehauen. Okay. B haben wir. Und jetzt müssen wir zu C. Weil dann muss ich ihn noch ein bisschen halten. Lachen. Kriegt ihr das alleine getroffen? Äh. Da hinten kommt immer mehr. Okay. Wir gehen jetzt mal zu C. Äh. Ich nehme mal die Leiter. Ich weiß, er läuft nur die Leiter hoch, aber ich bin so... Ich finde das so geil. Ja, C. Komm mal her. Oh, das ist ein großer. Jetzt kann ich wieder L2 machen. Und, ähm, ja. Und X. Was mache ich mit X? Dodging. Ja, das habe ich schon probiert. Das habe ich schon genau die Tore-Rolle. Ah, das finde ich schon besser. Und nach vorne. Kann ich auch. Und nach hinten. Okay. Ja, was ist mit dir? Au. Ah, da liegen ich... Du bist. Okay, okay. Ich war erster. Gott sei Dank. Geblockt, Alter. Erster. Ah. Boah. Hammer. Nein. Puh. Mist. Ich habe einen schweren Schlag gemacht. Deswegen war er schneller. Ja, du blöder... Du musst doch echt... Also, schwere Schläge, da muss ich noch ein bisschen Timing auskriegen. Aber es geht. Es geht. Wir machen das, mein Großer. Wir schaffen das hier. Das ist mein Punkt. Oh. 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 Okay, wir sollen... Viereck drücken und schnell R1. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ah, okay. Ah, cool. Okay, okay, okay. Dann kann er sich nicht mehr... Dann kann er sich nicht mehr wehren. Aber das können die bestimmt auch, oder? Oh, ja, ja, ja. Dann muss ich ganz nah bei ihm sein. Dann haue ich ihm das raus. Mist. Auf Wiedersehen. Okay, das muss ich mir merken, dass man da die... Verteidigung durchbricht. Aber das macht er bei uns bestimmt auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde vor Orna. Wir sind diesmal Samurai. Ich sehe so cool aus mit der Maske. Wir versuchen gerade da durchzubrechen. Äh, dem B-Punkt, der gehört uns schon. Da ist ein Böser. Da ist auch ein Böser. Ich sollte mal vielleicht... ...meine Mannschaft hier unterstützen. Wir kämpfen mit Katanas. Die hört sich schon... Ja, gleich ganz anders an. Und er ist wesentlich schneller. Der ist wie immer tot und muss noch mal draufhauen, wenn er irgendwo lebt. Wo? Warte. Ah, ich hab mich geschützt, mal von rechts. Wow, wow, wow. Gut, das war's. Jupp, der hat mich anledigt. Ich wurde gekillt, weil ich hab's nicht mal gesehen. In drei Sekunden sind wir wieder bereit. Ready. Wir spawnen irgendwo. Ja, ich bin irgendein random Typ. Ich stehe auf dem Feld. Wurde erstmal niedergemetzelt von einem Ritter. Wir kämpfen gegen Ritter gerade. Da drüben ist auch jemand gerade tot. Ich versuch den mal zu unterstützen. Kann man die irgendwie heilen, wenn die auf dem Boden liegt? Kann ich irgendwie... Ja, der rollt schon wesentlich cooler. Guck dir das mal an. Mit seinem Katana. Alter, cool. Und typisch dieses Wunsch. Okay, da ist der Mitspieler ist auch ein Ritter. Kann ich dich jetzt nochmal schütteln? Nee. Wow, halt. Hey, was soll das? Ich bin doch auf deiner Seite. Du Depp. Was soll denn das? Wir sind doch zusammen. Warum spiele ich überhaupt mit anderen Leuten? Ich verstehe Scarlet. So. Schneller rennen kann ich... Irgendwie... Nice thing. Sorry. Okay. Quickchat. Kann ich ihm irgendwie helfen? Wie... Wie hast du das gemacht? Ich wollte ihm auch helfen. Wie hast du das gemacht? Der ist tot. Der ist tot. Ey. Okay. Okay, der ist tot. Nächster. Ich gehe mal zu Punkt C. Weil das da oben. Genau. Weil ich sehen bin, wie da die Kohleleiter hochglittert. Kill der Heroes. Das sind die Heroes auf dem Feld. Das sind die... die stärksten Krieger. Conquerer, Kenzei und... Wow. Pass auf. Wow, wow, wow. Ja, 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 genau. Glück mich. Oh, 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 oh. Wow. Alter, mit dem Schild. Alter, habt ihr gesehen, wie der wieder aufgestanden ist? Ich glaube, die haben schon länger gespielt. Warte. Aber der kann irgendwie rennen. Ich will auch rennen können. Okay. Tot. Der hat eine Fahne irgendwie hingeschmissen. Äh. Ich glaube... Oh, warte mal. Warte, warte, ich will... Ich will abhauen. Ich will... Oh, ich wollte abhauen. Ich wollte zum anderen Helden. Ich glaube, wenn wir alle Helden besiegen, ist nämlich das Ding geworden. Mist, wir haben 100 Punkte verloren. Aber wir haben 988. Sieht ganz gut aus. Ich bin wieder ready... ...to rumble. Ach, ich kann irgendwelche Spezialfähigkeiten mit den Pfeiltasten. Ups. Gut, das war die Rauchbombe. Oh, der nächste Feind ist down. Gut, da drüben ist noch einer. Ich versuch mal den hier zuvor zu knüpfen. Das ist die Frau. Nächster Feind ist down. Das war cool. Er hat geschlagen, ich habe geschlagen. Perfekt, nur noch einer. Wo ist denn der letzte? Der ist tot. Wo ist der letzte? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe diese blöden... ...da hinten. Kann ich irgendwie... Nee, kann ich... Entschuldigung, das war der Fall. Nee, es war eigentlich richtig. Ich kann mich nicht zu klein hier. Damit man auch mal sieht. Geil, der die schmetzelt. So. Hier, der letzte. Der letzte. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich glaube, ich habe nicht so viel dazu beigetragen. Ey, ist total egal. Es war cool. Für die erste Schlacht, denke ich, war das ganz okay. Ich bin nur zweimal... Zwei mal gestorben? Ja. Ich spiele jetzt was. Seit fünf Minuten. Leute, da kommt noch mehr. Keine Panikschieben hier. Level 1. Yay. Cool, ich bin Level 2. Symbols. The Sea.